Hey Gothic-Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Reaction und diesmal geht es um niemand Geringeren als Michael Hoge. Einer der Zuschauer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass vor drei oder vier Monaten in Polen, Warschau, eine Storytelling-Conference stattgefunden hat. Und da war auch Michael Hoge eingeladen und hat sich zu Wort gemeldet. Der hat eine Präsentation gehalten von über einer Stunde, wo er davon erzählt, wie wird so ein Spiel eigentlich aufgebaut, wie verkauft sich das und wie kreiert man eigentlich eine geile Story, die den Zuschauer, den Spieler packt. Und das fand ich ultra interessant. Es passt super zur jetzigen Thematik, wie ich finde mit Pitted Studio, Schluss mit Piranha Bytes, als auch den ganzen Spielen, die wurden ja nochmal aufgerollt, auch von der GameStar, als auch dem Gothic-Remake. Und vielleicht können wir als Spieler und Zuschauer nochmal den einen oder anderen Einblick gewinnen dadurch und vielleicht noch was Neues lernen. Und ich finde es super interessant, mal wieder was von Michael Hoge zu hören. Ich meine, die meisten, die den kennen, haben ein Interview von vor 15 Jahren mit dem gesehen, wo er was zu Risen erzählt. Ja, ist schon ewig her. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ist natürlich komplett auf Englisch, aber ich habe einen Kanal gefunden, der das alles auf Deutsch übersetzt in den Untertiteln, weswegen meine Kamera auch gerade so ein bisschen fliegt, deswegen nicht wundern. Und ich habe den ein bisschen kleiner gemacht, weil ich habe gerade mal kurz durchgeskippt. Er wird gleich über mir erscheinen, also nicht wundern. Ich bin sehr gespannt aufs Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir starten rein. Die Atmosphäre war super. Ja, die Story war tatsächlich eher einfach gehalten. Ich switche es halb und halb. Wie, Setting und Story, Entwicklung von Gothic, das wird der Topik der Talk sein. In dem Beginn. Es ist eine Frage, die ich... Nicht es switchen, bitte. Nicht noch. Danke. Ist das eine gute Idee? Die Frage, die du dir selbst als Designer fragst. Es ist eine Frage, die ich meine Studenten frage. Ich gehe manchmal in eine Schule für Spiele und habe eine Lässe da, etwa zweit im Jahr vielleicht. Hey Volkai, jetzt weiß man auch, was er die ganze Zeit treibt. Er hält Unterrichtsstunden über Spiele. Wow, vielleicht erzählt er gleich nochmal mehr dazu. Und das ist eine gute Frage, die du dir selbst fragen kannst. Und ich habe mich diese Frage ein paar Mal gefragt, und ich habe nicht die Wahrheit gefunden, aber ich habe eine Methode gefunden, um es zu verstehen, ob es es wert ist, um es zu verfolgen. Und, ähm, switch, please. Ähm, change next page, please. We need to practice on that. We'll go to bridge. Normal hat man doch so einen Klicker, womit man weitermachen kann, oder? Please switch the page. Wir sind gerade Kaffee holen, schützig. Thanks. Okay. Ähm. Als Designer, in meiner Hümbelde, muss man drei Spiele, erzählen drei Geschichten. Die erste Idee ist, um zu fangen, was du eigentlich machst, die Mechanik, was du anstiegst, was du anstiegst. Und die nächste Idee ist, um eine Geschichte zu erzählen, allen, die über deine Spiel sprechen möchte. Und die letzte Idee ist, um eine Geschichte zu erzählen, die du den Mann, der dir das Geld gibt. Right? Und ein Beispiel. Das ist eigentlich extrem schlau. Also, es klingt wie nach jemandem, der das Spiel durchgespielt hat, so. Weil einerseits, ja klar, eine Story, die geil ist, dann etwas, worüber man reden möchte, wie zum Beispiel das Herr-der-Ringe-Universum wäre ein perfektes Beispiel dafür. Äh, wo man ja auch, äh, verschiedene Sachen hat, wie zum Beispiel Märchen und Fantasy-Elemente oder sowas. Das ist ja alles in einem vereint und dann noch mit der massiven Lore dahinter und sowas. Extrem. Und dann, wenn du dann noch Spiele davon machen kannst, wo sich die Filme zum Beispiel gut verkauft haben, das ist dann, äh, die Story, die du dem Investor dann erzählst. Das ist dann Selbstläufer. Ein Beispiel für das wäre, äh, welcher ich wählte, die Tomb Raider-Serie, zum Beispiel. Jeder kennt den originalen Tomb Raider oder hat zumindest von ihm gehört. Und das ist ein Spiel, ähm, Switch, bitte. Ähm, das war, äh, äh, wenn wir sprechen über den Spiel, es war eine 1-on-1-Konversion von dem originalen Prinz of Persia-Games. Ähm, ähm, zu 3D. Das war die Idee des Spiels. Die took all the puzzles, like, literally every single puzzle, all the game mechanics and put it in 3D. And then they got the character, that was like a female Indiana Jones at that time, maybe. That would be a good way to communicate it. And to the money guys, they showed the picture with tits and guns on it and it was sold. Ja, aber es stimmt, ne? Sex-Sales. Und ich kann mich noch dran erinnern, ich hab Tomb Raider 1 bis 3 immer bei meinem Onkel damals gespielt, auf der Playsee. Ich weiß nicht, ob es Playstation 1 war, ich glaube schon, oder 2, bin mir nicht mehr sicher. Und, äh, ich weiß noch, im zweiten Teil konnte man den Butler in meinem Eisschrank einsperren. War es das? Mit dem großen Anwesen und so? Total geil, wirklich. Ich hab's geliebt. Also, das ist, äh, ich sage nicht, das ist die ursprüngliche Wahrheit. Ich sage, das ist ein Mechanismus, den ich benutze, um zu identifizieren, ob es eine gute Idee ist oder nicht. Ein anderes Beispiel, für Beispiel, die Star Wars, die Serie Star Wars, ist ein Mix von Ferrytale und Fantasie. Ferrytale plus Fantasie equals Star Wars. Like, äh, the young pawn grabs a sword, fights the black knight with a sword and saves the princess. Ring a bell, right? So, that's what they did and they're stuck to the plan. And that's really, ähm, a good way of, äh, thinking about it. Wie in Gothic, er schnappt sich Urizi und bekämpft den Schläfer. Next, please. Um, okay, so what we did when we started working on the Gothic series, um, we had a vision that we wanted to do the, the RPG series in a 3D third-person setting. And that wasn't done before, not really. There were some action games, but not like a really hardcore role-playing game where you can, uh, run about and freely explore the world. So that's what we were planning to do. It was, uh, our first project, so it was not such a brilliant idea to start with, uh, open-world RPG back then, but we didn't know. So we jumped right into it. And the things that convinced us about the Ultima series were that it was a free-explorable world without borders. And it was a living world where people would have daily routines and such, and it was like a simulated living world, in a way. and it was quite immersive. You can lose yourself in it. Um, next, please. So, the things that we wanted to change were, we wanted to be more down-to-earth. Um, we don't, didn't want to have, like, fancy fantasy speech. They were all very flowery at that time. The dialogues, we wanted to be more straight down-to-earth. We wanted to be a bit more alive, even, if we could. So we decided to make the world denser and also much smaller, because we were aware of the technical limitations and also our own limitations in creating this. Ganz wichtiger Punkt. Bestes Beispiel ist dieses Sci-Fi-Weltraum-Spiel. Mir ist der Name entfallen, wo sie jahrelang dran gewerkelt haben. Was auch online geht, wo man Planeten besuchen kann und eigene Raumschiffe bauen kann, kaufen kann und wo man auch das Projekt monetär unterstützen konnte. Und die haben sie ja komplett übernommen mit der Welt, ne? Und letzten Endes war es dann nicht mal so überbordend geil. Es war gut in manchen Bereichen, aber ja. Und Gothic hat wirklich eine überschaubare Welt gehabt, ja. Und die haben das Beste draus gemacht, muss man ehrlich sagen, ne? Gothic 2 ist nochmal eine Ecke größer. Gothic 3 hat sie wieder übertrieben. Viel zu groß, finde ich. Also ich persönlich finde es viel zu groß. Man hätte es wieder kleiner machen sollen, aber dafür viel mehr angereichert mit Detailliebe. Und ja, vielleicht mehr Interaktion mit der Umgebung. Dass man sich auch die einzelnen Wege mal ... Ja klar, Gothic 3 hat auch markante Wege, die man sich merkt, aber Nordmar zum Beispiel ist für mich einfach nur weiß. Mit ein paar Ruinen. Next, please. Oder Höhlen. So let me elaborate on those points to clarify on the goals that we had. The free world. We wanted quest targets, enemies and items to be in place. So the whole world, the player would find everything quite from the start. Very few gating mechanisms. Total geil. Liebe ich. No invisible walls. Das Schlimmste. Gating through enemies, rather than through other mechanisms. Das ist auch das, was Gothic so geil gemacht hat. Da steht halt ein Schattenläufer oder ein Troll und der hat dir den Weg versperrt. Und da musstest du erst mal vorbeikommen. Oder dir überlegen, wie du den killst. Aber du hast schon von Anfang an so gut wie alle Sachen, die du finden kannst. Ich meine, selbst in Gothic 2 kannst du von Anfang an dir die Drachenschneide holen. Dann hast du aber wieder die Stärkeanforderung. Oder du weißt, wo die ganzen Untote vernichten Spruchrollen rumliegen in die Nacht des Raben, weil der kostet nur fünf Mana. Und dann kannst du schon mal vorweg die ganzen Skelettkrieger weghauen. Total geil gemacht, wirklich. I mean, we had a few. You cannot enter the Sleeper's Temple, for example, before you can talk to the Orcs and they will only talk to you in Chapter 4 and blah, blah, blah. But anyway, as I said, as few as possible. So we decided on rather have a gating mechanism where we have monsters that prevented the player from progressing. And you can run past them at any time. So it doesn't really work. But surprisingly, it does. Because people tend to have a way of not doing this overly much, I guess. It isn't fun for them. so it's kind of worked, I guess. Player decides where to go and who to kill was also a plan that we had. A very early plan that we decided on not being able the other way around. Being able to kill anyone, like you knock someone down and then you decide if you really want to do the finishing move or not. But then this guy is missing in the story, right? So the whole quest mechanics had to be written in a way that if someone was dead, people could refer to that. and that was quite a problem. So at the end of the day we couldn't quite live up to it and had to immortalize some of the most important main story NPCs per flag, of course. But most of the world could be killed. Gutes Beispiel dafür, was er gerade beschreibt, alles killen zu können, ist zum Beispiel Gothic 3, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Da konntest du jeden killen. Aber noch ein besseres Beispiel war Morrowind. Wenn du in Morrowind jemanden gekillt hast, der wichtig war, wie Fürst Vivek, diesen Halbgott da, der in der Stadt Vivek in seinem Tempel rumhockt, den konntest du ja direkt von Anfang an killen. Er ist zwar super stark, hat 3000 Leben oder sowas, aber killbar. Aber dann steht dann, okay, du hast das Spiel damit allerdings gebrochen, weil das ein Main-Character war, der für die Story wichtig war. Das heißt, du kannst die Story nicht mehr properly durchspielen, weil er jetzt tot ist. du kannst entweder neu laden oder in der von dir geschaffenen chaotischen Welt weiterspielen. Sowas stand dann ungefähr da. Das fand ich immer so geil, wirklich. Deswegen Morrowind hat das am besten umgesetzt, fand ich. Ich habe ein Freund von mir als er spielte das Spiel direkt nach dem Release. Und er ging mit einem Charakter namens Mordrek aus dem alten Kemp nach dem neuen Kemp. Er wollte ihm zeigen, den neuen Kemp, weil er wollte ihn verabschieden, dass er zum Kemp beherrscht. Es war ein NPC, er ging weiter und weiter, wie groß er war. Komm, folgst mich. Und er folgte ihn. Und in der Mitte der Wald hat er einfach ihn zerbeißen, weil er seine bow hat. Und er ihn verabschied und er verabschiede seine bow. Und dann er spielte den Spiel. Und ich dachte, oh nein, er hat einfach die gesamte questlinie. Aber er hat Spaß gemacht. Er hat seine bow. Und er war glücklich. Und das ist alles, was der Spiel ist. Nicht forzieren den Spieler zu tun, was du willst, was du willst, aber er hat die Freiheit zu tun, was er selbst will. Das war die Philosophie des Spiels. Und wir nicht auf es in in sehr viele Punkte, aber in ein Punkt glaube ich, wir haben. Die Spielsiedlung, natürlich, wenn du eine freie Welt ist, sehr problematisch. In meiner Meinung nach, wenn du eine Crossroads kommst von einer Richtung und drei direkken zu gehen. Da ist der Obvious, wie in Gothic 1 der Spielsiedlung beginnt und geht nach den Weg zum alten Kampen, das ist Es ist ein sehr großes Kastel mit der umgekehrten Stadt. 60% der Spieler gehen da. Dann einmal durch den Feldräuberwald da laufen, wo auch die ganzen Waage sind. Die meisten werden direkt versuchen, in die Stadt zu kommen. Und das fand ich in Gothic 2 ein bisschen limitierter und etwas schlauchiger am Anfang. Zum Beispiel manche Mods fügen dann noch einen extra Weg hinter Xardas Turm ein, aber das sind halt Mods. Und in Gothic 1 ist es halt so, du kannst direkt auch zum neuen Lager gehen. Oder halt zum Sektenlager, weil der Weg ist offen. Du kannst offen da hingucken und diesen Weg, der auch so geflastert ist, sage ich jetzt mal, gehen. Und das fand ich so geil an Gothic 1. Das hat Gothic 1 auch besser gemacht als Gothic 2. Man muss auf linearität sein. Man muss auf bestimmte linearen Events haben, ich komme zu das später. Aber wenn es um Locationen geht, muss jeder Location sein, muss man in einer Weise bezeichnet, so wie wenn der Spieler da vor der ersten Mal entgegen würde. Wir haben das sehr früh in der Spiel. Nächster, bitte. Na, pennt er wieder. Juhu. Okay. Anyway. One too far, I guess? Ja. Could you go one back? Ach, der tut mir nicht verkloppt. Okay, the living world, how did we do that? Of course, the daily routines that we, like, kind of stole from the Ultima series. And then we had the system at first quite elaborate and you could in precise time of when people would start stuff and people would end stuff. So they could, like, get up, sit down for five minutes, have their breakfast, get out of their heart, blah, 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 blah. At the end of the day, nobody was around. When you entered the world camp, nobody was, like, outside and doing stuff. And so we cut the whole breakfast thing and we quickly realized that three major spots where an NPC is during the day is enough. You can at that spot do his work and shift a bit position. But when we go to what the player needs in order for it to feel good, I think still up to today, I would still go for the three spots, like, I work, I do something in the evening, maybe go to a bar or whatever, and then I go to bed. Yeah. Another thing about daily routine was you got to find the characters. And because we decided on not having much HUD and not having much helping elements for the player, for example, markers, where you can find NPCs on the map, we didn't do that. So if a NPC wanders around overly much, then you wouldn't find him to finish your quest. Das wäre das Schlimmste. Das finde ich auch ganz schlimm, was manche Mods zum Beispiel machen, um das Beispiel mal aufzugreifen, die fügen einen Tagesrhythmus ein, der nicht mehr gut, ja, nachvollziehbar ist. Du fragst dich dann, wo ist der Typ denn? Und dann suchst du ihn tot, das hatte ich schon manchmal, und dann suche ich überall. Und das haben die sehr gut gelöst, indem die einfach gesehen haben, ja, du brauchst nur drei Punkte. Dann merkst du, okay, zum Beispiel ein Diego, der sitzt auf der Bank, dann hält er sich mal mit wem und dann, glaube ich, sitzt er noch am Lagerfeuer oder er pennt im Bett, ne? Ja, und das reicht vollkommen, er bleibt immer in seinem kleinen Raum und ist immer da auffindbar. Ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn er zum Beispiel in Snuff dann auch den Weg hochgehen würde zur Arena und da sich ans Lagerfeuerabend setzen würde nochmal. Man würde ihn auch noch finden, wenn man ein bisschen suchen würde, aber immer irgendwo da im Bereich bleiben. Und das fand ich immer sehr gut gelöst, weil so kannst du die ohne Questmarker immer finden, mit Questmarker. Ja, ich bin nicht so Fan von Questmarkern, ich bin ehrlich. Oder to trade your stuff. So, we went at the end of the day for the three spots. Funny story is, when it comes to AI, AI would have reactions like witnessing stuff, they would memorize when they see you murdered someone, they would memorize if you attacked them, they will memorize if you stole and then if you came to them, they would say, I'm not talking to you, you are a thief, but then we realized that was also crap, because the player will have so many different situations in the game, that when he finally comes back to the guy who stole an apple from, and the guy is really mad and said, you are a thief, you wouldn't remember what he did. So you think it was a bug, it would feel like a bug to the player. Also it's not fun if the game locks you out, you want to do mischief, you want to do stuff, you want to be able to do anything you want really. So, at the end of the day, we settled for murder. If you really killed someone, they would realize it, they would memorize it and react to it. But if you did like a small deed, they would only react in the instance they saw it and then after that not anymore. So we cut that feature and went back on murder. Is in der Minenkolonie, also in einem Knast, sage ich mal, auch das Realistischste. Wenn du was klaust, wird er halt sauer sein, ey, du dummer Arsch, warum hast du mir das geklaut? Und dann ist wieder gut, unterhält er sich mit dir oder der kloppt dir einen Reiz. Das kann ja auch sein und dann ist er wieder beruhigt. Aber beim Mord, ja, das ist ja was, was ich einbrenne, so auch dem Realismus nach. Und dass das dann strafmützig zieht, finde ich sehr gut gelöst, wirklich. Only. Ja, Monster-Behaviour ist auch ein Teil des Lebensverhältnisses. Attitüden, die die Spieler-Gilte haben, zwischen uns und anderen, Monster-Species auch. Also, so, ein Monster-Fighting-Grupp, ein paar sind Predator, ein paar sind auf dich, ein paar sind tot, die sind tot, die sind tot, die sind tot, wenn du folgst. Das ist wirklich einfach so, was man kann auch in heutigen Spiel machen, ich denke, um den Weltraum mehr plausibel zu machen. Ja. Also, wenn sie auch noch andere Sachen, wie du verabschiedst, wie du verabschiedst, wie du verabschiedst, oder was in der Welt verabschiedst. Das wäre total geil, wirklich. Das hätten sie mal drin oder so als Funktion drin lassen können, das hätte ich echt lustig gefunden. Aber dann würden ja alle Items verschwinden, einfach auch die, die du finden kannst. Sondern das wäre dann irgendwie, ja auch Spaß raubend. Am besten gehen sie noch an Truhen und so. Das war ein bisschen lustig. Am besten. 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 auch mit der dicksten Rüstung und so und das hatte Gothic auch immer gut hinbekommen je dicker die Rüstung dann war, desto mehr Schutz hat sie geboten und das war niemals ein Moment selbst in Gothic 2, wo man sich dann gefragt hat, ja irgendwie wie kommen denn da solche Stats zustande obwohl so ein bisschen bei der leichten Milizrüstung, weil das ist ja eher ein Kleidchen für Frauen als alles andere da finde ich die leichte Söldnerrüstung sieht da ein bisschen heavier aus aber, ja ist ja Geschmackssache So geil aber eher, dass der Spieler die map als ein Item, so er muss es finden, es muss es kaufen, es muss es kaufen, es muss es oder es holen, es muss es kaufen, es muss es kaufen, es muss es kaufen, es mit welchem es bedeutet und er hat nicht eine map, wenn er das Spiel beginnt, also er ist ein bisschen verloren er muss wirklich exploren den Welt, er muss es verstehen, ob der Levelle Design ist gut das funktioniert, die Säule, die Dark Souls und die Säule, die Säule, die heute Erden Ring war eine Exception aber ich denke, dass der Levelle Design ist gut es funktioniert, es ist wirklich eine Sache des Zähnes, in meiner Meinung nach es ist ein besseres Spiel, aber es könnte es kommt halt aufs Spiel an und wie groß es ist ist es in der Größe von einem Gothic kann man durchaus ohne Maps klarkommen, ist es aber in der Größe von einem Skyrim, Oblivion Morrowind ich nehme immer diese Spiele, weil die sind perfekt prädestiniert dafür als diese Roaming Open World Spiele, wo du dich einfach verlieren kannst, selbst in The Witcher das wird mit diesen selbst gezeichneten Karten, die du irgendwo kaufen kannst nicht so ganz funktionieren es wäre vielleicht cool, wenn du Karten kaufen kannst zum Beispiel Morrowind war es so, überall wo du lang gegangen bist, hat es auch die Landschaft aufgedeckt und davor war so ein Nebel des Krieges da drüber und du hast nur so ungefähr den Umriss der Insel gesehen wenn du deinen Bereich einfach aufdecken kannst mit den ganzen Punkten wo da sehenswerte Orte sind nicht alle Dungeons, das nicht weil die sollst du immer noch selber finden aber vielleicht so einfach Punkte und die Punkte hast du immer dazu bekommen, wenn du mit bestimmten NPCs geredet hast, wo das automatisch auf deiner Map markiert und dann wusstest du, ah da ist der Punkt, wo ich dann mal hin muss okay, und als hätte er sich ein Kreuz drauf eingezeichnet, fand ich auch sehr gut also man kann beides machen, kommt halt auf die Größe der Map an, hätte ich gesagt ja, Musik ist natürlich wichtig für die Immersion Kai Rosenkranz hat einen sehr guten Job mit dem Soundtrack von Gothic und er war largely responsible for that the game felt the way that it did on that account the first things that he composed were a bit too a bit too um it's the bottom line you know this game is 20 years old and if you turn it on today you won't have that feeling anymore I guess but back in the day that was our goal anyway next please um okay talking about the hero design decisions for the hero um we wanted a blank page we wanted the hero to be definable by the player in a way so we decided to give him no name and rather leave that open and have the player's fantasy work when it comes to defining the character um of course we did not have the capacities to make a character generator and all that that was part of why we decided like that um then we wanted to uh be the player to be very weak at the beginning so that he can feel the pressure of of getting better the needs to get better on him and also that feels realistically if you like thrown in another world and everyone's already there and everyone's already well equipped and knows what's going on the typische mmo erfahrung and you're not knowing what's going on and it should reflect in the feeling that the player has in the game um the choice of action at the beginning when we decided on um letting the player choose which faction he should have we had very vague ideas of the player to be a magician or a sword fighter or fight with a bow like you could in diablo that was a great thing back then back in the day um so the vague idea of classes but more um then uh oh yeah talking about the hero what you keep in mind if you if you write dialogues for the hero or if you design the game for the hero you always design the game for the hero and the player and it's two different things so what the player wants or what the hero wants are two different things and i give an example there is a quest in Gothic 1 where the quest is to join the old camp and to get into the castle and in order to do that the hero needs some NPCs who vote for him he needs two good good stuff in the camp so people would vote for him and they can get into the castle and that's what the hero wants so one of the guys who should vote for him asks him to bring him his lost sword back very simple quest okay bring the lost sword back so you go to another NPC and tell him okay give me a sword and then the guy asks you who wants it and then you can answer I want it or the other guy wants it but they hate each other and if you pay attention to the dialogue you know that so you give the right answer you get the sword you look at the sword and then you see oh that's the best sword that I found so far I want to keep it and the player wants to keep the sword but the hero wants to give the sword away because he wants to join the old camp so you have to pay attention to those differences and you can also play with it and we did that and because we knew the player would probably keep the sword we added a timer to the quest and when three days later after you got the sword three days later you would not have delivered it to the other guy he would realize it and when you walk by you would say hey what are you doing you have my sword and then attack you right so to make the appearance of NPCs reacting in a plausible way so geil erklärt das hätte ich mir von Pankratz auch mal kurz gewünscht als es um die Fragen um Gothic 1 und 2 ging und er literally keine Antwort darüber hatte ich finde der Hoge macht das super geile Präsentation wirklich und da hat man auch nochmal den Unterschied zu zum Beispiel einem Elex in Risen hatten die auch noch einen namenlosen Helden aber in Elex dann nicht mehr da hieß er ja Jax der schlechter die Bestie von Xarcore oder irgend sowas scheiß Name aber auf jeden Fall heißt so wie League of Legends Champion deswegen daran erinnert mich das immer aber auf jeden Fall okay du hast praktisch einen namenlosen und du kannst dir reindenken was du willst was ihm widerfahren ist viele wollen immer wissen was hat der Held gemacht weswegen er in die Barriere gekommen ist du bist schwach und du versuchst gut zu werden ja geht gut vor allen Dingen und der Held hat immer so ich fand immer der namenlose hatte immer die Idee aus der Barriere auszubrechen so das war sein primäres Ziel und dafür musste er gut werden musste alle Leute kennenlernen sich einer Fraktion anschließen mehr Macht erhalten sodass er vielleicht auch mehr Dinge lenken kann und der Player war einfach nur da ja ich hab jetzt hier so einen Spielercharakter und versuch eine gute Zeit zu haben und immer besser zu werden meine Monster zu schlachten und zu gucken was vielleicht da hinter den Wegen sich verbirgt und 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 ich finde das hat er so gut beschrieben was der Held will und was der Spieler will und dass es so auseinander geht und dass man aufgrund dieser Denke die Quests und die Reaktion von den NPCs auch perfekt anpassen kann dass eine immersive Spielwelt daraus am Ende rauskommt total geil wirklich geiler Ansatz ähm last thing how do you formulate the dialogue we thought about that as well and when I did that for example I always imagined what does the player want most probably what will he like to ask what will he like to say and you it's really hard to guess it you can have like a dozen different dialogue options to cover it all that's lots of work and if you want to have speech output it's very expensive or the better version in my humble opinion is you are writing in a way that's not presumptuous so for example um would you like to join the old camp the player is asked and he would say and what if I would like it like so you can interpret this answer in the way you want like if you are positive to the old camp it's an okay answer if you're negative to the old camp it's also an okay answer and this is how the style of the player dialogue was developed so of course only one point but this is a short speech of 45 minutes so that has to do for now next please hey that was one of the most interesting points I would like to hear more about how they write dialogues and what they think about it yeah but really cool okay so we sat down we just got our first euros we got a programming team that came contacted us and they had some engine that they called the finster engine and they wanted to do ultima underworld again and then I said no let's rather do ultima 6 in 3d that's so much better and they said no no we can't do it are you insane and I said yes 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 either this or nothing and well at the end of the day they agreed they knew better actually but anyway so we sat down and worked on the setting we knew we wanted a small world we knew we wanted like I said what was the idea of the game living world not too large so we needed a limit right we went to world to camps to factions to NPC archetypes from big to small next page please so how should we limit the free world oh my god also wer ist denn da für den ton und für die 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 powerpoint slides verantwortlich wirklich the first idea was to put the game on an island obviously that would have worked but we thought this is the first idea this is the first best thing that comes to mind so can't we come up with something better yeah there is no other idea maybe we can put a magic barrier around it yeah but the magic barrier would be need to be there for a reason it would be would need to be a story element in order to be plausible because we want to make a believable world we cannot just put an invisible wall around it we said we wouldn't do that so what's magic barrier for what kind of reason could be there to put a magic barrier around a kilometer of space and then we brainstormed and then it was the idea of the prison mine colony the prison colony was the first idea and then later we developed the idea with the mines and then came the idea with magic ore and then came the first draft of the map where just a circle was scribbled down and then old camp and a new camp and a sect camp they weren't named like that it was just a castle a cave and a swamp with samats and a tower of the demon summoner because it sounded good in some mines okay and then we went up in seinem bestimmt ja next piece ganz kurz dazu ja genial eigentlich es gibt immer so zwei Ideen entweder man hat so eine Idee oder eine Insel ich finde die Insel Idee ist auch immer die perfekte Idee um eine Map zu begrenzen du hast mehr da kommst du nicht drüber und um Schiffe sollst du jetzt auch erstmal nicht gehen um Seefahrt auch nicht also bist du an diese Insel gebunden du kommst davon nicht weg in Elden Ring zum Beispiel hat ja die Landschaft ist komplett weird und von wirklich weirder Fantasie sag ich mal aber auch geil in sich geschlossen und du würdest auch in endlose Tiefe fallen oder irgendwo reinfallen wo du den nicht hin willst so ungefähr aber das finde ich echt immer sind tolle Ideen auch wie es beschrieben ist Talking about the good idea this is the definition that came up later because Tom Putzky the guy who wanted to sell the stuff that we were making because we had only the initial money we had like 300.000 I guess and we gave it all to our first employees we paid ourselves nothing and we gave the whole money to the people who hired who we hired and to be able to hire more we told them how about you work for half the money so we can hire twice as many people and you get it all back when we are successful how about that crazy thing is they all said yes and so we founded the company with really nothing back to topic setting world so when Tom was trying to sell the game trying to find someone who gives us money for it we came to the point where he said okay this also this is a great idea this is a great game but how do we sell it I can't sell it I started talking say we make a fantasy game and it's like no one else did before and then you have this prison mine colony and the magic ore and the sleeper and blah 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 and they all fall asleep they don't want to hear it they want to have some short elevator pitch and so we came up with this escape from New York was fantasy and they said yes yes that's what I can sell and it worked right so the press started to write about us and then some money guys saw the press articles and they thought hey wow the guys are in the press they must be good let's give them money sounds funny but it was like that back in the day it was the wild west yeah natürlich man hat dann davon gehört geile Idee ich meine damals war Internet und dieser ganze Kram noch nicht so präsent sondern eher dann immer die Medien Fernsehen und 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 die Presse halt mit Zeitung ey krass aber wirklich auch das mal so zu hören heutzutage kennt man ja noch dieses Social Media verseuchte ja Instagram Heiligtum und 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 wo auch alles vieles über YouTube läuft aber auch über Social Media ja ähm und das mal so zu hören ist auch cool vor allen Dingen mit dem Film dass äh die Investoren oder den Leuten denen man das erzählt praktisch schon direkt was vor Augen haben äh worunter sie sich was vorstellen können und damit konnte man dann direkt arbeiten und sagen ja das ist eine geile Idee anyway ähm next ähm oh ja die Camps so wir haben die Camps und was wir als erstes Designstepp oder die Camps war wir decided an die Architektur der Camps so was äh die mussten natürlich sein so wie ich gesagt ein Kastel ein Camp in der Schwamm ein ist cave ähm die Geschichte der Camps ähm welcher Camp war da der erste wie es entwickelt wurde, und von der Geschichte des Campes die Geschichte des Weltes entwickelt wurde. Aber ich denke, selbst wenn man in einem relativ komplexen Sitzung, wie Gothic, wenn man in der Geschichte geht, eine Seite der Geschichte ist zufrieden. Wer kam zuerst, wer kam dann, wenn die Krieg mit den Orken begann, wenn die Barriere wurde, wenn Xardas aus dem alten Camp. Diese Punkte waren sehr wichtige Punkte in der Geschichte, aber eine Seite der Geschichte sollte es zufrieden sein. Die Ökonomie der Campen natürlich. Also der alten Camp wären die Leute, die wollen die Orken in halten. Und der neue Camp wären die Leute, die wollen die Orken wegnehmen. Der alten Camp wollen die Orken wegnehmen. Der neue Camp wollen die Orken wegnehmen. Dann, switch to the next page, please. Because I'm switching topics here. Yeah. Conflicting escape plans. Yeah. Were also a topic when we designed the camps very early. Genau, ja, stimmt. Das alte Lager hatte nie einen Plan. Und das neue Lager wollte alles in die Luft jagen. Und die Sektenleute wollten nur Leute, um den Schläfer anzubeten, weil die dachten, der Schläfer würde sie erretten. Also wir hatten, natürlich, wir brauchten ein paar Konflikte. Es gab eine Kolonienbräne, es gab eine Konflikte, die Menschen mussten sich über die Dinge sprechen. Also wir haben einen sehr einfachen Plan. Ein Camp wollen die Orken wegnehmen, ein Camp wollen alle Orken wegnehmen, und ein Camp nicht mehr über die Orken, sondern wollen die Leute aus den anderen Campen, weil sie den Schläfer wollen. Next, bitte. Okay, wenn wir die Faktionen, nachdem wir sicherlich waren, was wir wollten mit dem Campen machen, wir haben die Faktionen, und dann haben wir die Faktion-Sheet, nur eine Seite für die Faktion, wo die wichtigste Sache ist, was, um eine Quote zu stellen, wie ein archetypischer Firearmage wie ein archetypischer Watermage wie ein archetypischer Watermage wie ein archetypischer Watermage wie ein archetypischer Digger, oder was auch. So, nur eine Sitzung, eine Quote von jeder Faktion, von jeder Faktion, von jeder Faktion, von 14 oder 15 verschiedenen Sitzungen, x 15. Das klingt tedious, aber es ist wirklich gut, weil wenn du die Charaktionen und die Relationen zwischen den Charakten entwickelst, das hilft wirklich. Und es hilft viel mehr, in meiner humble Meinung, als eine Charakterdiamond für jedes Charakter oder was auch. Aber es ist auch eine schlaue Idee, weil dann hast du wirklich eine Maßgabe, in welcher Range sich die Charaktere bewegen, auch in ihrem Verhalten, und dann kommt es dir nie so vor wie, der wäre out of Charakter, oder was labert der da, hä? So, das macht doch keinen Sinn so ungefähr. Also das, was ich bei edX2 die ganze Zeit hatte. Das ist nicht so wichtig. Ein oder zwei Punkte per Charakter sind sinnvoll. Ich würde lieber das machen. Ja. Ah ja. Und dann, wenn wir die Faktionen, wir auch für die größeren Faktionen haben wir Archetypes für die größeren Faktionen. Zum Beispiel, die Diggers waren eine ziemlich große Faktion. Also, wenn es um Charakter zu schreiben ist, wir haben einfach entschieden, okay, was ist der größte Grund, um ein Mensch zu werden, um ein Digger zu werden? Ich bin eher zu alt, und kann nicht mehr in der Garten, oder zu jung, zu weak. Weil es gibt besseren Faktionen, aber die besseren Faktionen in der Präzionwelt sind von den stärkeren Faktionen. Ja. So, was wäre es? Bladwin, Jekyll. Es wäre eher zu alt, oder zu jung, oder du bist vielleicht von Charakter oder du bist nur ein Faktion und du willst nicht spielen. Und diese waren die Faktionen, die auf diesen Faktionen auch definiert wurden. So können wir von ihnen wenn wir die Faktionen created haben. Next. Okay. Hier ist eine Liste der Faktionen, die wir in Gothic haben. Ich werde jetzt in die Details gehen. Aber eine lustige Geschichte ist, dass am Anfang der Faktion die Mercenaries und die Guards haben die Namen gewechselt. Also, die Soldaten der Orbarons waren erst als Mercenaries und die Soldaten der Watermages waren als Guards. Oh, ich dachte immer, die Templer würden über den Balz stehen, aber trotzdem noch unter den Gurus. Tatsächlich, wieder was Neues gelernt, wow. Ich dachte echt immer, die Templer würden über den Balz stehen. aber das würde auch erklären, warum Balukor, als es in Orkfriedhof ging, die Leitung hatte über die ganze Templer. Klar, natürlich ergibt Sinn. Und in Englisch das nicht so gut aber in der Englisch das nicht so gut so haben wir in der Mitte Entwicklung. Und ich denke, dass jeder ein Jahr hat, um es zu verwendet. Also, von diesem lernen ist, dass die Nomenklage erst einmal Wenn wir die Geschichte haben, und wir wollten die Welt unglaublich sein, und wir entschieden, was passiert? Es gibt eine magische Barriere, und es gibt einen König, und er braucht die Oren von der Kolonienbranche, und die Sache ist selbst governet, und alle die Gäste sind tot, okay, so gut. Wie haben sie das gemacht? Sie haben eine magische Barriere und dann einige Mäger kommen, öffnen, 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 und wiederholfen. Das war der erste Idee. Aber wir wollten die magische in der Kirche sein, aber das nicht funktionieren. Weil sie rauskriegen, warum nicht rauskriegen? Sind sie Besucher? Sie kommen jede Woche? Nein, wir brauchen ein Element der Gesellschaft. Okay, so was wir haben, wir veränderten die Magische Barriere, und wir kamen mit etwas sehr Splenig. Wir entschieden, das die aus und rauskriegen, und die Menschen einfach müssen rauskriegen. die Lösung war, dass ein organischer kann rauskriegen, und organischer kann nicht rauskriegen. Das ist weird. Vielleicht etwas mit Magischen. Vielleicht könnte etwas evil creature. und dann die Idee von dem schlafen. Die Geschichte hat sich entwickelt, weil wir richtig mit einem Ork waren. Ist es nicht in Gothic 3 auch so, dass die Barriere nicht durchschritten werden kann, weswegen man den Teleport braucht? Das war doch auch so, man würde ja sterben, wenn man reingeht, ne? War das nicht so? Und das hält ja auch die Orks draußen. Und das erklärt auch gerade die Anomalie des Schläfers und seine schwarze Magie, dass Leute reinzieht, aber niemanden rauslässt. So the elements kept popping out, and we put them in, and we creatively decided how to progress from there. We changed stuff, but we tried to change as little as we could. If something must be changed, you change it, otherwise you listen to the game. the game is still learning from that, I guess. Okay, next page. Oh, I'm talking about the properties already. Okay, now to the story. How much time do you have left? Oh, it's good, yeah, it's good. Okay, so I might as well slow down. What changed the properties of the Barriere? We talked about that. The Alpha and the Omega. So we had the beginning of the game and the ending of the game. Because we had just invented the sleeper, right? So we knew, okay, it's a computer game, of course you will need to kill a boss at the end. And it was out of the question back in the day. So, I think it's still true. So we had the boss, and then we had the player was thrown, would be thrown in the prison, because, of course, it's the beginning of the game. The player is thrown in the prison, and at the end you have to defeat the sleeper. Okay, so we got the Alpha and the Omega of the story, and we just had to fill the gaps. And we had the living world, and so we thought, okay, what would happen? What's the plan of the sleeper? What does the sleeper do? He's like a sleeping thing from maybe some kind of Lovecraftian idea, I guess, where some very powerful beings dreaming or trying to manipulate reality. He's not really awake. If he's awake, oh my God, but now he's sleeping, but that's worse, that's bad enough, right? So, we are actually planning to have the world change through stages. And we call them chapters. And the further the game progressed, the grimmer the world would be. There was the actual plan. So, things would go wrong. People would try to attack them, get aggressive, attack themselves, fight amongst the prisoners. The orcs would be driven out of the underworld. The orcs are on the surface map of Gothic 1 at the end of the day. And there is some dungeon part to it, but in the original concept, the world was layered. And you would have to fight through dungeon layers to get to the sleeper. We scratched all that, because we ran out of time, really. So, the chapter layout was early, but we had to cut down. And there is, due to this reason, sadly practically no side quest after chapter one. Stellt euch mal vor, was Gothic 1 für eine Dynamik angenommen hätte, wenn überall dann noch Orcs aufgetaucht wären, die aus ihrer Heimat, aus ihrem Tempel oder sonst was vertrieben worden wären. Geil! Das wäre auch nochmal was anderes, ne? Müssten Gardisten und Neues Lager und Sektenlager dann plötzlich noch gegen Orcs kämpfen, teilweise. Ja, haben sie ja schon, also die Sektenlager-Leute im Orc-Friedhof, weil sie ja die Vision hatten. Aber trotzdem, wäre ein schöner Gedanke. But somehow, the game was kind of a success anyway, so I'm very happy about this. Because at the time we needed to ship it, it felt a bit sad, really. So, ich musste mal einen kurzen Cut machen, weil ich was zu trinken brauchte, unbedingt. Wir sind ja schon eine Stunde drin. Direkt weiter. So, the chapter layout was early, but we had to cut down. And there's, due to this reason, sadly, practically no side quest after chapter one. But somehow, the game was kind of a success anyway, so I'm very happy about this. Because at the time we needed to ship it, it felt a bit sad, really. And half done. Okay, next. Echt schade, oder? Man merkt, wie viel Potenzial da noch drin gesteckt hat. Und trotzdem ist es so ein Erfolg geworden, dass man sogar heutzutage noch ein Remake draus macht, und es in aller Munde ist, dass sogar die ganzen Spielezeitschriften davon berichten. So krass. Okay. Think the Gods, I will skip. Do the next. Okay, so now we come to the chapter. By the way, euer Lieblingslager und euer Lieblingsgott. Gerne zusammengefasst als Kommentar in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. So we had the story in two chapters in the final version. In the first chapter, you really needed to select your class. So we made out of this join a camp. And then after that, the game becomes very linear. The first chapter is by far the most elaborate one. And after that, the story becomes quite linear. So no matter what you decide in the first chapter, you will always go to Iberian's ritual. and help him do it. And after that, you will always go to the third chapter. And only in chapter four the world really changes. And that's, like I said, due to lack of time, sadly. But what we did do, and what we are kind of also stole from Ultima series. In the Ultima series, there was only those companions of the player. Namely, Yolo and Dupré and Charmino. And the others I have forgotten. So these would be characters says, do you meet again? In the next game that you know, that feel like friends. And we wanted to implement something like this. And so we came out with the idea of the four friends. Diego and Milton and Lester and Gorn. Who would help you in the most important main quests. And who were supposed to appear in the game Gothic 2 should never be produced. So that's also a design decision that came quite early. The rest of the game is really, really simple. One fun fact is, we didn't know what we would do with all the ore that the new camp had collected. There was this massive heap of ore. They wanted to blow it all up. To blow the magic barrier up. Every camp has its own escape plan. And then we decided to use it to load the weapon that you kill the final boss with. And that idea came very, very late. The last couple of months. The last four months of the development, I guess. And we made the cutscene and we put all that in. And it just clicked together. There were just two loose ends that we connected. To have the story told at that end. Okay. Next. All right. So, what we also did, when we were planning the story, is... Yeah? Okay. When we were planning the story, is to make sure, because it was like an open world, and the player could go anywhere and the player could do almost anything. We need to convey a couple of informations that are very important. Otherwise the player would not understand what the end is about. Right? Like I felt when I played Elden Ring. There was this like massive thing. But what did it really mean? I don't know. The game was still fun. But so we try to make sure that in every chapter of the game, the player would know, okay, what is the sleeper? They are these sect lunatics. They are talking about the sleeper. They are talking about the sleeper. They would... They would... They would help him. So he is kind of the sect god. Later, he realizes it's the escape plan. They pray to him because they want him to lower the barrier. And then later, you realize when Ibarion has his final vision, he is in fact a deceiving demon, and he can't be trusted. And he's the evil guy. And later, you see... It's not like some spiritual existence that they pray to, but it's really physically there. It's here. It's a threat. And then you learn the means to defeat him. And so we made sure that those informations were conveyed. And this is what we did with the main story. And that's about all the things we forced upon the player. And the rest we wanted to be his own free decision. Okay. Next. Do we have still time known? Okay. I get the timeout signal, guys. Nice to be here. Maybe if someone's interested, I can continue the rest of the thing later. So. Was vielleicht noch alles gefehlt hat. Er wurde nicht ganz fertig. Was ich super schade finde. Ich kann gerade nochmal gucken. Macht er nochmal Vortrag? Ne. Er beantwortet dann nur noch Zuschauerfragen. Ähm. Das habe ich jetzt mal rausgelassen. Wen das noch interessiert, ich verlinke das Video in der Videobeschreibung. Der kann sich am Ende nochmal die Zuschauerfragen angucken. Und nochmal Shoutout an den Typen, der das hochgeladen hat. Ihr werdet jetzt ja sehen, wenn ich da den Videolink drin habe, wer das war. Ähm. Für die Untertitel. Wirklich. Ähm. Das wird einigen hier das Verstehen des Gesprochenen nochmal leichter machen. Äh. Ja. Ansonsten lasst gerne Likes und Kommentare da. Schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Ich mache ständig Reactions zu Gothic-Content, RPG-Content und auch Let's Plays und sowas. Also seid herzlich dazu eingeladen. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Lass euch nicht runterziehen. Und Tschüss.